hallo zusammen willkommen zu einem neuen video ich werde euch gleich die neue linie box für den monat februar vorstellen die ist auch so ein bisschen außergewöhnlicher würde ich sagen aber vorab wenn ihr dieses video seht dann ist die linie box schon verfügbar und wir haben diesen monat eine kleine überraschung für euch und zwar bekommt ihr ab 50 euro einkaufswert den love my nails kalender kostenlos dazu für das jahr 2023 und ihr bekommt noch den passenden goldenen cool kugelschreiber dazu ich habe den jetzt leider nicht hier sonst hätte ich ihn euch den gerne gezeigt aber ja den findet ihr auch bei uns im online shop und den gibt es dann eben auch dazu außerdem ab 70 euro warenwert wieder kostenlosen versand und jetzt legen wir los mit der linie box denn die ist dieses mal so ein bisschen anders als sonst denn wir haben ja oft box mit nail art mit farbgelen oder shellacken und dieses mal ist das eine system box denn ich habe ja im letzten jahr wirklich ja viel getestet ich wollte ein paar standfeste aufbau gele im online shop haben und ja das ist sozusagen das resultat davon dass ihr jetzt viel der gele auch schon mal testen könnt und die zeige ich euch gleich die box hat das motto extrem ja was war der gedanke dahinter zum einen sind hier diese xxl tipps mit drin weil ja durch tik tok wurde ich auch so ein bisschen dazu inspiriert mal längere nägel zu machen mit längeren tipps zu arbeiten und ja ich habe dann im letzten jahr für unseren online shop schon diese extrem langen tipps besorgt habe damit auch schon gearbeitet ich habe mir selber einmal so extrem lange nägel gemacht für mich im alltag ist das nichts aber es hat auf jeden fall spaß gemacht das heißt in dieser box sind diese xxl tipps die könnt ihr natürlich auch wie normale tipps verwenden ihr könnt die kürzen weil die meisten kunden werden sie nicht so lang haben wollen das heißt ihr könnt sie auch ganz normal kürzen jede beliebige länge oder dann halt auch so lang tragen also wie ihr wollt und das sind solche square tipps die nach vorne hin so ein bisschen schmaler zusammenlaufen ein bisschen verjüngt sind die am schönen tunnel lassen sich leicht kleben und ja die sind auf jeden fall dabei so passend zu langen nägeln wollte ich dann eben standfeste aufbau gele haben ich habe ja viele gele bei uns im shop die auch ein flüssiger sind die sich auch sehr gut glatt ziehen aber ich wollte gerade für längere nägel dann eben auch etwas haben ja gele die nicht verlaufen gele die sich aber auch gut formen lassen ich persönlich mag es nicht wenn man gele hat die sich überhaupt gar nicht glatt sehen komme ich persönlich gar nicht mit zurecht deswegen wollte ich standfeste aufbau gele haben die leicht zu verarbeiten sind ich habe die wirklich lange getestet gerade auch an einer kundin die so ein bisschen liftings hatte und wir haben sehr lange nägel bei ihr gemacht und das hat wunderbar funktioniert weil die nägel sehr stabil sind für die länge aber trotzdem irgendwie flexibel und das hat mir daran sehr sehr gut gefallen ja was habt ihr jetzt für einen vorteil wenn ihr die box kauft wir haben ja gele normalerweise nicht in diesen kleinen weißen tiegeln normalerweise haben wir ist unsere kleinste größe 15 ml und die kommen dann in diesen rosa nen tiegel dementsprechend auch ein bisschen teurer und deswegen habe ich überlegt wir machen eine box wo kleinere größen drin sind diesen weißen tiegeln damit das wie so eine test box ist wenn ihr sagt ich möchte das super gerne ausprobieren und später kann man sich dann vielleicht die großen größen nachkaufen und ihr könnt in dem box ja immer einiges sparen die ist auch unten verlinkt wenn ihr euch das ganz angucken wollt aber wir schauen uns jetzt einmal zusammen an und ich hole euch mal etwas dazu wie heißen die gele das sind unsere forming gele und das sind jetzt vier stück davon einige davon werden auch ins standardsortiment kommen also was auf jeden fall reinkommt ist unser tics so clear damit hat alles sozusagen angefangen forming tics so clear so clear ist das gar nicht wenn man das aufmacht ist es blau nach dem aushärten seht ihr aber nichts mehr davon und das ist für mich so ein basis produkt einfach ja ein normales aufbau gel für lange nägel und ich finde es ganz gut dass es ein bisschen eingefärbt ist weil ich das dann beim modellieren ein bisschen besser sehen kann ich habe mittlerweile ein bisschen schwierigkeiten mit komplett durchsichtigen geln zu arbeiten und ich wollte einfach ein aufbau gel im shop haben das für sehr lange nägel gut geeignet ist das nicht verläuft gerade auch anfänger haben ja vielleicht ein bisschen das problem dass gele ihnen zu schnell verlaufen und das ist ein absolut anfänger freundliches gel ich würde die nägel noch mal vorbereiten unser robber base geht runter geben und dieses gel ja also ihr seht es einer konsistenz tics so clear weil es wirklich richtig schön standfest ist also das könnt ihr für lange nägel verwenden für kurzen nägel eigentlich völlig egal und es ist wirklich sehr sehr anfänger freundlich und da bin ich froh dass wir jetzt so ein produkt noch mal im shop haben weil viele da noch mal nach gefragt haben und ihr seht es eine richtig schöne konsistenz aber es glättet sich eben auch beim arbeiten und das finde ich gut dass das nicht einfach wie eine mauer stehen bleibt und sich gar nicht mehr bewegt sondern man kann es gut hin und her bewegen dann haben wir noch einen schönen cover ton mit drin auch das soft nature kommt ins standardsortiment das ist das forming gel ist wirklich ein sehr sehr schöner cover ton wie ich finde und hier seht ihr auch noch mal die konsistenz also man merkt halt beim verarbeiten dass man das so richtig schön cremig mit der pinselspitze oder hier mit dem rosenholzstäbchen auch glatt ziehen kann trotzdem ist es tixotrop und standfest auch das absolut anfänger freundlich ihr könnt damit schön french andocken und mit all diesen gelen könnt ihr den kompletten aufbau machen nur einmal zur info auch mit den gelen die gleich folgen werden also das ist so ein ja so ein basic produkt hat wirklich einen sehr sehr schönen ton auch das super anfänger freundlich aber eben auch für lange nägel wunderbar geeignet die ganzen gele sind auch pinchbar falls diese frage noch kommt so dann haben wir einen weiß mit drin das ist komplett weiß und auch dieses gehe könnt ihr komplett für den aufbau verwenden ich habe ja letztes jahr extrem viele weiße nägel gearbeitet und hier dann eben ein schönes standfestes gel was ihr komplett für den aufbau verwenden könnt aber ihr könnt es natürlich auch als french gel verwenden und ihr könnt es auch für ein baby boomer verwenden und auch dass die gleiche konsistenz die gleiche flexibilität sind alles die gleichen eigenschaften bei den gelen und weiß konnte ich ja im letzten jahr einfach nicht genug haben und dann haben wir noch eine rosa das gehe mit dabei das zeige ich euch hier einmal hello baby ihr macht es auf und habt dann so einen niedlichen rosa ton das könnt ihr zum beispiel auch sehr schön für den baby boomer verwenden das ist nicht ganz so stark deckend das ist jetzt kein cover gel das ist so ein bisschen halb transparent das sieht aber für den aufbau auch richtig richtig schön aus dann habt ihr so ein rosa touch einfach und ja trotzdem so ein bisschen leicht transparent ich hoffe ihr seht das in der kamera auch hier die gleichen eigenschaften wie für die anderen gele und das könnt ihr definitiv mal für den baby boomer ausprobieren dass ihr vielleicht mit dem weiß die spitze macht damit dann den aufbau und hat auf jeden fall eine richtig coole farbe so das heißt ihr könnt mit dieser box einfach unsere neuen gele testen ich hoffe ihr freut euch ich hoffe ihr seid da genauso gespannt drauf wie ich es war ich freue mich jetzt einfach dass wir solche gele mit im online shop haben die werden jetzt noch nicht einzeln im shop verfügbar sein auch diese frage kommt dann immer sondern die werden dann ja frühestens ab märz verfügbar sein dann aber in den normalen größen in den tigern haben wir sie normalerweise nicht was wir jetzt auch neu bekommen ist unser ultra base g für glugel das ist auch ganz ganz neu schaut einfach mal rein im online shop ich verlinke euch das ganze in der infobox ja die neuheiten die jetzt da sind die sales die da sind denkt dran ab 50 euro kriegt ihr dann den kalender dazu ich hoffe ihr freut euch darüber lasst mir gerne ein feedback da ab märz wird es wieder eine box mit farb gehen und nail art geben ich wechsel da mal so ein bisschen aber ich habe mich auf diese box echt gefreut weil ich ja sehnsüchtig auf diese gele gewartet habe ich wünsche euch jetzt schon mal viel spaß damit und bis dahin und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten video wieder macht's gut